Darmprobleme während der Menstruation, Verstopfungen, Durchfall, Magenkrämpfe, Darmkrämpfe kennst du vielleicht auch. Dann gehörst du nämlich zu den fast 75 Prozent der Frauen, die Probleme mit dem Darm haben während der Menstruation. Wie es dazu kommt, dass du nicht allein mit dem Problem bist, was man dagegen tun kann, erkläre ich dir in diesem Video. Drei von vier Frauen circa haben das Problem Blähungen, Magenkrämpfe, Darmkrämpfe, Durchfälle während oder auch vor der Menstruation. Das ist sehr häufig und vielleicht geht es dir ja so wie vielen anderen Frauen. Man spricht nicht so gerne drüber und deswegen denkt man sich oft selber, bin nicht ganz normal, irgendwas scheint nicht zu stimmen. Wir müssen aber auch besprechen, worauf das hinweisen kann, diese Darmprobleme während der Menstruation. Es gibt auch Erkrankungen, die man ausschließen sollte, aber ich werde dir auch mal kurz skizzieren, warum du kurz vor, während und auch nach der Periode Probleme hast mit dem Darm. Wenn sehr viele Frauen betroffen sind und weniger Männer von irgendeinem Symptom, was immer wiederkehrend ist, dann kannst du dir einmal eins auch selbst zusammenzählen. Mag irgendwas mit Hormonen zu tun haben und so ist es auch. Welche Hormonen da beteiligt sind, erkläre ich dir jetzt. Wenn wir uns den Zyklus nochmal anschauen, ist ja ein relatives Hoch und Runter von verschiedensten Hormonen. Östrogen geht am Anfang hoch, dann kommt der Eisprung mit einem hohen LH-Peak. Danach kommt ein Hormon, was sich Progesteron nennt, das Gelbkörperhormon. Gerade die zweite Zyklusphase ist sehr progesteronlastig. Progesteron, das wissen wieder viele Schwangere, denn es ist das Schwangerschaftshormon, haben mit Verstopfungen zu kämpfen. Das liegt daran, dass Progesteron als Hormon nicht nur wichtig ist für den Schwangerschaftserhalt, es hat auch viele andere Funktionen im Körper. Kann ich dir hier gerne mal eine Tabelle einblenden, was Progesteron alles so leistet. Unter anderem hat auch unser Darm Rezeptoren für Progesteron. Da kann also auch dieses Hormon andocken. Kleines Problem ist nur, dass Progesteron den Darm quasi lahmlegt. Deswegen haben viele, viele Schwangere mit Verstopfungen zu kämpfen. Jetzt haben wir aber anfangs gesagt, wir wollten ja eigentlich was ganz anderes besprechen, nämlich Durchfälle. Gucken wir uns nochmal den Zyklus an. Wie sieht es nämlich am Zyklusende aus mit dem lieben, guten Progesteron, wenn keine Schwangerschaft eintritt? Die Blutwerte stürzen quasi wirklich im freien Fall ab. Also gibt es für den Darm nun den Impuls, ich bin sehr träge, ich bin sehr träge. Und auf einmal wird quasi der Darm enthemmt, denn Progesteron fällt sehr schnell weg. Also hat er so eine Art überschießende Reaktion. So stellt sich es die Wissenschaft jedenfalls vor. In der Konsequenz wird der Darminhalt schnell Richtung Ausgang befördert, was auch schon mal zu Durchfällen führen kann. Jetzt gibt es aber noch ein anderes Hormon und das ist ein Gewebshormon. Bei Progesteron wissen wir und auch bei Östrogen, da kennen wir die Drüsen, die das ausschütten. Die sind irgendwo fest im Körper verankert. Gewebshormone, wie zum Beispiel Prostaglandine, die kommen in Geweben vor. Es sind trotzdem auch Hormone. Das Schöne an Prostaglandin ist, Frauen benötigen das. Ich benötige das auch. Prostaglandine haben nämlich wahnsinnig viele und wichtige Aufgaben. Es gibt Prostaglandine, die auch mit dem Periodenschmerz zu tun haben, weshalb man auch einen Prostaglandinüberschuss vermeiden sollte. Hierzu habe ich ein Video gemacht. Das dürft ihr euch hier oben gerne mal anschauen, wenn ihr dieses Video geschaut habt. Die Prostaglandine fördern zum Beispiel auch den Schmerz oder auch Fieber. Aber sie haben eben auch Wirkungen auf glatte Muskulatur. Wenn ich meinen Bizeps hier anspanne, den ich nicht habe, dann ist das quergestreifte Muskulatur. Ich kann sie nämlich willkürlich bewegen, genauso wie meine Augen, wie mein Hals etc. Probier du mal deinen Darm bewusst anzusteuern oder deine Gebärmutter. Das wäre für viele Frauen während der Geburt mal nicht schlecht, einfach zu sagen, mal kurz Pause. Es geht nicht. Genauso wenig, wie man das Herz großartig beeinflussen kann, dass es jetzt mal aufhören soll zu schlagen. Gott sei Dank geht das nicht. Prostaglandine haben also auf die glatte Muskulatur einen Effekt. Und zwar denjenigen, dass sich Muskulatur zusammenzieht. Genau das passiert während der Periode. Denn hier wird Prostaglandin ausgeschüttet. Denn der Körper braucht das Prostaglandin, um die Schleimhaut, wenn keine Schwangerschaft eingetreten ist, loszuwerden. Also dieses Krampfen zu verursachen. Man kann sich jetzt auch vorstellen, wenn ich viel Prostaglandin habe, wird die Muskulatur sehr, sehr viel stimuliert. Und das ist auch der Grund, warum ihr dieses Video, was ich gerade eingeblendet habe, unbedingt gucken solltet, wenn ihr darunter leidet. Und genau das Gleiche passiert mit der glatten Muskulatur des Darms. Damit ist der nämlich auch ausgestattet. Prostaglandine schwirren im Kreislauf rum, freuen sich, dass sie Rezeptoren am Darm haben und der Darm macht, gibt nämlich Gas. Der Darminhalt wird noch mehr Richtung Ausgang befördert. Und jetzt schließt sich so langsam der Kreis, warum oft Darmprobleme herrschen. Und auch von Darmkrämpfen zu Analkrämpfen. Viele Frauen kennen das während der Periode, dass auf einmal ein Krampf entsteht nah am Popoloch. Der sogenannte A***-Krampf. Auch da denken viele Frauen, ich bin nicht normal, weil ich diesen Krampf spüre am Popo. Aber es ist völlig normal. Und jetzt hast du auch die Erklärung, es sind die lieben guten Prostaglandine. Und nicht nur diese beiden Hormone, sondern auch viele andere Hormone haben Einfluss auf die Darmperistaltik. Ich erinnere dich mal, wenn du das letzte Mal ziemlich aufgeregt warst, was passiert dir vorher? Du musst ständig aufs Klo gehen. Entweder musst du die ganze Zeit pinkeln oder sogar etwas anderes. Oder du hast sogar Durchfall oder Magenkrämpfe. Adrenalin, Noradrenalin, all das hat Einfluss auf die glatte Muskulatur des Darms. Und das hat auch alles einen evolutionären Hintergrund, den ich jetzt glaube ich auch nicht erläutern muss, wenn man in einer stressigen Phase ist, vor einer Horde Wölfe weglaufen muss, dann entleeren sich tatsächlich so manche Därme. Und nicht nur die Därme, sondern auch die Blasen. Vielleicht hattest du mal als Kind einen großen Schreckensmoment, hattest du vor etwas ziemlich Angst. Es kann sein, dass sich solche Kinder und auch Erwachsene dann einnässen. Das heißt, der Körper will über allen Ballast loswerden, um Flucht zu generieren oder die Flucht vorantreiben zu können. Das nur mal so als evolutionären Hintergrund hat jetzt mit der Periode erstmal nicht viel zu tun. Jetzt muss ich aber noch eins erwähnen, wenn es um Darmprobleme während der Periode geht oder auch wenn es um heftigen Menstruationsschmerz geht. Bitte, bitte behaltet im Hinterkopf, es könnte auch ein Symptom der Endometriose sein. Findet ihr hier auf dem Kanal viele Videos und auf Instagram bei meinem Kanal noch mehr Infos zu, was es genau mit der Endometriose, der Adenomiose und dem Darm so zu tun hat und auf sich hat. Hast du also das Gefühl, Leute, dass also was er erklärt hat, macht alles Sinn, aber das geht über das hinaus, was ich jetzt als normal erachte, dann sprich bitte deine Gyn an, denn es könnte tatsächlich auch ein Symptom der Endometriose sein. So, große Frage, was kann ich dagegen tun? Kriege ich das irgendwie gewuppt, dass das nicht so heftig ist? Maybe. Und da gibt es einige Ansätze, die du dir auf jeden Fall mal anhören solltest. Und klar, gibt es so ein paar Akut-Tipps, die man jetzt sagen kann, Wärme auf dem Bauch, entspannt einfach jegliche Muskulatur, ob quergestreift oder die glatte Muskulatur, also das Kirschkernkissen, die Wärmflasche, ist jetzt natürlich ein Best Buddy. Ausreichend trinken, vor allen Dingen auch zusehen, dass man jetzt diese verlorenen Mineralien vielleicht reinholt. Es gibt ja auch tatsächlich Sachen, die man sich einrühren kann, ich will jetzt den Hersteller nicht nennen, wo man dann quasi die ganzen Kohlenhydrate und auch Salze, andere Mineralien wieder dem Körper zuführt, die verloren gegangen sind. Dass man jetzt nicht unbedingt zwölf Kaffee am Tag trinken soll und eine Fluppe nach der anderen durchziehen soll, ist irgendwie auch logisch. Alles, was reizt, auch scharfe Dinge, fettige Sachen, gut gewürzte Dinge, jetzt erstmal vermeiden zu dieser Zeit, weil das reizt natürlich den Darm und die Muskulatur noch mehr. Wir wollen jetzt irgendwie zusehen, dass diese glatte Muskulatur sich wieder entspannt. Und wäre es da nicht ein Ansatz zu sagen, okay, wir haben relativ viel Prostaglandine da, die sind auch wichtig für den Körper, aber kann ich die irgendwie reduzieren? Ist das möglich? Und das ist möglich, wenn man weiß, und du weißt es gleich, wo die Prostaglandine eigentlich herkommen. Und da kommt die gute alte Arachidonsäure ins Spiel. Und diese Arachidonsäure wiederum kriegen wir sehr viel von rotem Fleisch. Wenn ich also meine 12, 13 Steaks in der Woche essen würde, dann hätte ich einen sehr hohen Arachidonsäurespiegel. Und der Körper muss halt irgendwas draus bauen, was mache ich? Prostaglandin brauchen wir immer mal, also baut der Prostaglandin raus. Im Umkehrschluss, wenn ich dem Körper die Arachidonsäure runterkurble, dann mache ich auch weniger Prostaglandin. Also kann die fleischarme Kost, die vegane Kost tatsächlich hilfreich sein bei solchen Durchfallerkrankungen oder auch bei Darmproblemen jeglicher Art. Und unter uns, das ist übrigens ein unfassbar probates Mittel bei einer Endometriose oder aber auch bei schmerzhaften Perioden, dass man irgendwie gucken will, wie kriege ich diese Krämpfe ein bisschen reduziert. Hier kann es tatsächlich helfen, Prostaglandin irgendwie zu reduzieren und das geht gut über die Ernährung. Jetzt mögen manche Schlaumeierinnen und Schlaumeier sagen, ja, aber wie ist das denn mit dem Ibuprofen und Aspirin? Das hemmt doch diese Produktion der Prostaglandine. Ja, das stimmt. Und wenn man heftigste Schmerzen hat im Darmbereich, könnte man auch mal zu einer Ibuprofen greifen. Ist aber absolut nicht erste Wahl, weil auch die haben Nebenwirkungen. Und auch die können wieder dazu führen, dass man Magen- und Darmprobleme bekommt durch das Medikament, was eigentlich helfen soll. Also wollen wir ballaststoffreich, möglichst pflanzlich, die beiden passen sehr gut zusammen, denn pflanzliche Kost ist ballaststoffreich, uns ernähren und viel trinken, um diese Rehydratation zu gewährleisten. Das sind schon mal drei gute Punkte. Dann gibt es die sogenannte Stopfkost. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Zwieback, Reis, Kartoffeln sind so Klassiker, die einfach auch Wasser binden und dadurch den Darm ein Stück weit entlasten können. Also auch hier ernährungstechnisch haben wir schon mal einen Fuß in der Tür. Probiotika, also dem Darm das geben, was er braucht. Gute und schöne Keime für die Darmflora. Es gibt nur begrenzte Evidenz, also nicht den krassen wissenschaftlichen bewiesenen Nutzen. Aber es schadet auch nicht. Und deswegen kann Probiotika überhaupt auch eine gute Idee sein, wenn man seine Vaginalflora aufbauen will und auch dem Darm was Gutes tun will. Ja, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der nicht sehr beliebt ist. Aber es ist trotzdem auch ein erwiesenes, gutes Mittel, um Darmprobleme ein bisschen zu entgegnen. Und das ist Sport. Ich weiß, viele haben jetzt vor allen Dingen während der Periode oder auch während man Darmprobleme hat, nicht die große Lust und auch nicht die Motivation, da jetzt irgendwie noch groß Sport zu machen. Aber vielleicht ist es ja auch schon der Spaziergang an der frischen Luft, der ein bisschen Bewegung, Wärme, Durchblutung reinbringt, damit der Darm ein wenig ruhiger ist. Ernährung und Zyklus hat es dir angetan. Sehe ich dir sofort an. Dann darfst du dir gerne das Video hier oben anschauen. Endometriose, Riesenthema. Das Video kannst du dir hier unten anschauen. Und das Wichtigste, was du jetzt noch machen solltest für dich selbst, für mich und für alle anderen, das ist ein Abo dalassen. Denn so hilfst du mir, euch mehr zu helfen, damit ihr euch selbst besser helfen könnt. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.